Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Es geht erneut um Linux Mint 22, nämlich wie ein altes Linux Mint 21.3 auf 22 aktualisieren könnt. Und dafür habe ich mal zwei Methoden vorbereitet, eine offizielle und eine inoffizielle, die vor allem dann angewendet werden kann, wenn das offizielle nicht funktioniert. Hier zum Beispiel, wenn ihr externe Paketquellen eingebunden habt, die der Mint Updater nicht verarbeiten möchte. Genau, das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen an. Das hier ist nochmal wieder so ein Video, wo ich nochmal explizit darauf eingehe, dass alles dabei kaputt gehen kann, wenn ihr diesen Anweisungen von mir folgt oder was ähnliches macht. Also es können Daten verloren gehen, das System könnte auch nicht mehr booten. Von daher macht unbedingt vorher ein Backup vom ganzen System. Und falls irgendwas nicht funktioniert, dann sichert das wieder zurück. Also ihr macht das wie immer auf eigenes Risiko. Es kann alles dabei passieren. Und mit Glück oder, naja, mit, sagen wir mal, mit hoher Wahrscheinlichkeit habt ihr hinterher ein Linux Mint 22, was auch funktioniert. Aber ihr macht das Ganze auf eigenes Risiko. Das Linux Mint Projekt hat natürlich eigene Dokumentationen dazu, eigene Artikel, wo drin steht, was man machen soll, um sein Linux Mint 21.3 auf den aktuellen Stand hochzuhieven. Der erste Schritt, den die empfehlen, ist, einen anderen Spiegel-Server zu verwenden. Denn gerade in dieser Zeit, wo es eine neue Version von Linux Mint gibt, sind die Server, wo drauf sich die Pakete befinden, ziemlich ausgelastet. Von daher gibt es ein CDN Content Delivery Network, also so ein Mirror-Verbund, der verteilt die Pakete bereitstellt, sodass die einzelnen Server nicht so ausgelastet sind. Und das Linux Mint Projekt verwendet dort Fastly. Also mehr Informationen findet ihr unter den Links, die sich hier hinter dem blauen jeweils verbergen. Und die Folien, die ihr hier im Video seht, die sind unten in der Videobeschreibung jeweils nochmal verlinkt. Das Ganze sieht erstmal so aus, dass man in dieser Datei, der etc.apt.sources.list.de Official Package Repositories List, das ist der komplette Pfad, Dinge austauschen soll. Das habe ich mal ein bisschen aufbereitet, aber prinzipiell ist es das, was in dem Artikel hier unten von Linux Mint drinsteht. Bevor wir diese Anpassung haben, steht in dieser hervorgehobenen Datei erstmal sowas hier drin. Und bei mir war es so, dass es auch gekennzeichnet ist, dass dieser Eintrag zu Linux Mint Main gehört. Das sind die Pakete, die direkt von Linux Mint kommen, in der Version Virginia, also 21.3 noch. Und diese Zeile, die auf den Mirror von Linux Mint zeigt, die bauen wir jetzt nochmal um. Und ich mache das hier ein bisschen automatisiert mit meinem Skript. Das Skript wechselt erstmal in dieses Verzeichnis, worunter sich diese einzelnen Paketquellenlisten-Dateien mit der Endung List befinden. Und dann wird mit dem SED, mit dem Streaming Editor, gesucht nach einer Zeile, die mit diesem Linux Mint unterstrich Main aufhört. Also aufhören ist das Dollar am Ende. Und das hier ist der Parameter für Delete, also Löschen. Und die Datei ist folgende. Also jede Zeile, die damit aufhört, wird erstmal entfernt. Über das Echo wird wiederum eine neue Zeile eingefügt, die ziemlich ähnlich ist. Der einzige Unterschied dabei, oder zwei Unterschiede haben wir aus dem alten HTTP, wird jetzt HTTPS, also eine verschlüsselte Datenverbindung. Und statt Packages.linux.mint.com wird daraus Fastly.linux.mint.io, damit dieses CDN von Fastly verwendet werden kann. Danach holen wir uns einmal Paketinformationen, damit euer Paketmanager auch weiß, welche Pakete in diesem CDN drin sind. Und auch die Ubuntu-Pakete holt er von den Ubuntu-Servern so eine Liste ab. Und dann machen wir ein Update. Und dann haben wir unser noch altes System auf dem letzten aktuellen Patch-Stand mit den Paketen, die es dort gibt. Kommen wir erstmal zum offiziellen Weg, wie man das eigentlich machen sollte. Das ist auch beschrieben unter Linux Mint, User Guide und so weiter und so fort. Und die haben ein eigenes grafisches Programm dafür entwickelt, mit dem man von dem Linux Mint 21.3 auf 22 updaten kann. Und das macht vorher eine Reihe von Tests. Also das überprüft zum Beispiel, ob Timeshift eingerichtet ist. Das ist die integrierte Backup-Lösung. Und ob dort Paketquellen drin sind, die extern sind. Und ob die alle irgendwie kompatibel sind. Da hatte ich schon Probleme mit einigen, die ich hinzugefügt habe, mit einigen PPAs. Das hat nicht geklappt. Von daher bin ich da nicht wirklich weitergekommen. Einige von diesen Tests kann man deaktivieren, andere wiederum nicht. Also damit kommt ihr mit so einem Standard Linux Mint 21.3, wo ihr jetzt keine anderen Paketquellen hinzugefügt habt oder auch keine weiteren Änderungen am System großartig vorgenommen habt, wahrscheinlich ziemlich sauber durch. Das ist auf jeden Fall das Erste, was ihr machen solltet, bevor ihr die zweite inoffizielle Methode überhaupt in Erwägung zieht. Das Ganze läuft dann so ab, dass wir erst mal Mint Upgrade installieren. Wiederum über apt, den Paketmanager. Und mit sudo holen wir uns Root-Rechte dazu. Und dann installieren wir dieses Paket. Das minus y bedeutet, dass wir keine Rückfragen haben wollen, dass diese Installation sofort anfängt. Ansonsten würde das irgendwie fragen, ja, sollen wir das jetzt installieren? Und damit überspringen wir jetzt diese Nachfrage. Dann starten wir mit Upgrade, wiederum mit Root-Rechten. Das Ganze macht ihr in der grafischen Oberfläche, ob ihr jetzt unter Mate seid, unter XFC oder Cinnamon. Einfach dort im grafischen Terminal alles drin machen. Und dann bekommt ihr diese Oberfläche und da sieht ihr diesen Screenshot. So sieht es aus. System aktualisieren auf Linux Mint 22 Wilma. Und bei Los geht's, werden diese Überprüfungen gestartet und dann führt euch das so dadurch, Schritt für Schritt. Wenn wir jetzt damit durch sind oder vielmehr, wenn ihr damit durch seid mit dem grafischen Updaten, Upgraden, dann könnt ihr hinterher das Mint Upgrade auch wieder entfernen. Denn das braucht ihr hinterher auch nicht mehr. Und dann macht ihr nur noch einen Neustart. Und dann solltet ihr prinzipiell damit durch sein und euch an dem neuen Linux Mint 22 auch erfreuen können. Die zweite Methode ist die inoffizielle Variante, die komplett auf der Kommandozeile läuft. Also ihr habt keine grafische Oberfläche dafür. Und das solltet ihr wirklich nur dann probieren, wenn das grafisch nicht funktioniert hat. Dabei machen wir was ähnliches, was wir auch schon bei Debian zum Beispiel gesehen haben. Bei der Aktualisierung von Ubuntu von der alten Version auf eine neue. Von der Art und Weise ist es sehr ähnlich, denn ein Linux Mint ist ja ein auf Ubuntu aufbauendes System. Und Ubuntu baut wiederum auf Debian auf. Und insofern, man hat sehr, sehr viele Ähnlichkeiten oder beziehungsweise einige Sachen sind auch wirklich komplett gleich. Die teilen sich zum Beispiel denselben Paketmanager, den APT-Paketmanager. Was wir dabei jetzt machen, wir passen unsere Paketquellenlisten an, indem wir erstmal wieder in das Verzeihnis reingehen. Und dann wechseln wir von dem Linux Mint 21.3 auf die Version 22. Und da das Ganze ja mit so Codeworten belegt ist, die Version 21.3 von Linux Mint heißt Virginia. Und 22 heißt Wilma. Bei Ubuntu ist es so, dass es auch wieder diese Codenamen gibt. 22.04, also das von vor zwei Jahren. Das heißt Jemmy. Und die neue Version von 2024 aus dem April heißt Noble. Mit dem Set hier, mit dem Streaming Editor, editieren wir direkt in der Datei. Und ersetzen Virginia durch Wilma und Jemmy durch Noble. Und das in dieser Datei, die wir auch schon vorhin einmal gesehen und schon mal angepasst haben. Da wechseln wir diese Codeworte aus. Dann holen wir uns auch wiederum die Paketinformationen für das neue System. Dann machen wir eine Aktualisierung mit den Paketen, die vorhanden sind. In diesem Schritt dürfen noch keine zusätzlichen Pakete nachinstalliert werden, sondern wirklich bloß vorhandene aktualisiert werden. Also die Paketanzahl bleibt so wie vorher. Dann haben wir noch die nächst höhere Variante von diesem Update. Das ist ein DIST-Upgrade. Da dürfen auch neue Pakete hinzu installiert werden. Wenn es jetzt eine neue Version von einem Paket gibt, was zufälligerweise weitere Bibliotheken braucht, die vorher noch nicht drauf sind, dann darf das DIST-Upgrade die dazu installieren. Das Upgrade darf das nicht. Ja, und bei meinen Durchläufen, die ich so vorher schon mal gemacht habe, da funktioniert das nicht mit einem Durchlauf von diesem DIST-Upgrade. Ich habe noch einen zweiten hinterher geschoben und dann war auch alles in Ordnung. Also probiert das aus, ob das bei euch so klappt oder auch nicht. Also vielleicht kommt ihr auch schon mit dem ja durch. Aber vielleicht braucht ihr auch noch einen zweiten Durchlauf. Danach können wir das System auch noch wieder ein bisschen aufräumen. Mit dem Auto-Remove sagen wir dem Paketmanager, guck mal nach, ob es vielleicht Pakete gibt, die jetzt überhaupt nicht mehr gebraucht werden, weil etwaige Abhängigkeiten nicht mehr vorhanden sind. Also wenn jetzt vorher ein Paket da war, wer jetzt weitere Pakete haben möchte, damit es funktioniert, damit die Software funktioniert, und dieses Paket wird entfernt, dann braucht es die Abhängigkeiten auch nicht mehr, wenn keine anderen Pakete diese Pakete als Abhängigkeiten haben. Also das spart noch mal ein bisschen Platz, räumt das System ein bisschen auf. Dann machen wir auch wiederum einen Neustart. Und je nachdem, wahrscheinlich werdet ihr Glück haben, dass das alles sauber funktioniert. Aber wie gesagt, wenn nicht, dann spielt das Backup, was ihr vorher natürlich angefertigt habt, wiederum ein. Und dann läuft das wieder so wie vorher. Dann müsst ihr vielleicht noch ein bisschen warten und mal gucken, vielleicht einen anderen Weg finden. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass wir uns das zusammen mal direkt angucken. Ich biete ja Services für sowas an. Und dann schauen wir mal, wo sowas hakt. Also ihr müsst das nicht alleine machen, aber ich mache sowas nur als Dienstleistung. Also ich möchte dafür was haben, klar. Da die Sonne gerade rauskommt, habe ich mich mal wieder ein bisschen dunkler gemacht. Sonst sieht man mich ja gar nicht mehr so bleichgesichtig, wie ich bin, vor dem weißen Hintergrund. Aber jetzt habe ich mal wieder ein bisschen mehr Kontrast im Gesicht. Ja, während der Aktualisierung stellt APT auch noch so ein paar Fragen. Also viele davon werdet ihr genauso haben, wie ich sie auch gehabt habe. Ich habe jetzt mal ein paar daraus gegriffen. Zum einen wird da dann gefragt, ob POSIX irgendwie eingerichtet werden soll und wenn ja, wie. Ich habe dort gesagt, ich möchte das nicht konfigurieren. POSIX ist für Mail-Server gedacht. Und üblicherweise verwendet ihr so ein Linux Mint System ja wohl nicht als Mail-Server. Das ist ja üblicherweise ein reines Desktop-System. Genauso fragt das Group-Paket, also der Boot-Manager nach, ja, wo sollen wir den jetzt installieren? Irgendwie scheint da die Partition oder vielmehr die Festplatte nicht mehr finden zu können. Da ändert sich irgendwie eine Bezeichnung. Das habe ich unter Debian, unter Ubuntu und auch jetzt unter Linux Mint so gesehen, dass sich da irgendwo was ändert. Da wird dann nochmal nachgefragt, wo sollen wir den jetzt installieren? Und da müsst ihr genau aufpassen, wo der hinkommt. Normalerweise installiert man den direkt auf dem Laufwerk, also sowas wie devsda und nicht in einer Partition, üblicherweise. Es gibt natürlich auch immer wieder andere Systeme, wo es anders ist, aber das ist üblicherweise das, wo man den so installiert. Also genau gucken. Das ist gut, wenn ihr euch daran erinnert, wo es vorher gelegen hat und die Frage entsprechend beantworten. Ja, ansonsten kam da eigentlich nicht so wirklich viel Nachfragen. Irgendwas von wegen Firmware-Updater, da hat sich eine Konfiguration geändert. Da habe ich ihnen gesagt, ja, dann installieren wir die neu. Ich habe diese Datei nie angefasst. Und das war es eigentlich auch. Je nachdem, wie schnell euer Rechner ist, läuft das denn in einer gewissen Zeit durch. Das Runterladen dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, je nach Geschwindigkeit von eurer Internetleitung. Und dann habt ihr in einer halben Stunde, sage ich jetzt mal so grob, ein aktualisiertes System, wenn alles gut geht. Das sollte jetzt das sein, womit ihr begrüßt werdet, wenn ihr euch das nächste Mal angemeldet habt und alles hat funktioniert. Und dann habt ihr diesen Dialog, der euch zu eurem Linux Mint begrüßt. Und da sollte denn rechts unten stehen, Linux Mint 22. Bei mir war es jetzt die Mate Edition, die ich da drin hatte. Bei euch steht wahrscheinlich irgendwas anderes, also XFCE oder Cinnamon. Ja, und das sollte es insofern schon sein. Noch ein kleiner Bonusteil für euch. Also ich arbeite relativ viel mit virtuellen Maschinen und das üblicherweise auch mit VirtualBox. Und meine virtuellen Maschinen, die speichere ich hin und wieder mal weg. Also ich exportiere die und dann habe ich so eine OVA-Datei. Da ist alles drin, die Konfiguration für die virtuelle Maschine und auch die virtuellen Festplatten. Alles schön zusammengepackt in einer komprimierten Datei. Und die kann ich irgendwo weg sichern, diese Datei, und bei Bedarf wieder zurückspielen. Und dann habe ich den Stand von, ja, von da, wo ich es mal gesichert habe. Das Exportieren von diesen virtuellen Festplatten, das läuft sektorweise. Also ich sage jetzt mal Sektoren dazu. Also früher bei magnetischen Festplatten waren es Sektoren. Und beim Exportieren wird jeder virtuelle Sektor abgespeichert in der Datei. Und dann wird er hinterher komprimiert. Im Laufe der Zeit löscht er sehr viele Dateien. Die werden nicht mehr gebraucht. Also sowas wie heruntergeladene Debian-Paket-Installationsdateien, die braucht man nach dem Installieren ja nicht mehr. Und wenn man die jetzt löschen lässt, zum Beispiel über apt-get-clean, werden die im Dateisystem als gelöscht markiert. Der Speicherbereich, wo die abgelegt wurden, wird wieder freigegeben. Aber diese binären Daten liegen noch genauso an den Sektoren wie vorher. Wenn man jetzt diese virtuelle Festplatte exportiert, dann werden diese einzelnen eigentlicher gelöschten Dateien in diesem OVA immer noch mit beachtet. Also die werden wiederum so wiederhergestellt, wenn ihr dieses OVA wieder einspielt. Und die brauchen wir ja nicht mehr. Von daher verwende ich so einen kleinen Trick. Und überschreibe einfach den kompletten freien Speicherplatz von dieser virtuellen Festplatte mit Nullen. Also dass überall Nullen stehen. Und damit funktioniert die Kompression deutlich besser. Denn 100 Nullen zu komprimieren, das ist je nach Kompressionsalgorithmus, da steht denn 0 100 Mal wiederholt. Ist deutlich kürzer, als wenn da jetzt so eine binäre Zeichenfolge steht, die sich nicht gut komprimieren lässt. Mit dem DD schreiben wir direkt von dem IF, also dem Input-File, zu einem Output-File, also Eingabedatei, Ausgabedatei. Und die Eingabedatei ist ein spezielles Gerät, eine Gerätedatei, die 0 heißt. Und 0 generiert eine unendlich große Datei, die nur Nullen enthält. Also man kann da so viele Nullen rauslesen, wie man will. Es gibt kein Ende dabei. Und diese ganzen Nullen leite ich um in eine Datei, die einfach mal Z für 0 heißt und in dem Wurzelverzeichnis hier liegt. Das läuft dann so lange, bis DD feststellt, oh, ich kann nicht weiterschreiben, ist wohl voll. Und dann entfernen wir diese Datei wiederum. Dann sind alle unbenutzten Bereiche auf dieser Festplatte mit Nullen erstmal überschrieben und hinterher wieder freigegeben. Und danach sofort runterfahren. Nicht, dass da wieder irgendwelche Sachen nachgeschrieben werden, damit wir möglichst viele Nullen haben in den unverwendeten Bereichen. Ja, und dann nur noch diese virtuelle Maschine exportieren, ohne sie natürlich wieder neu hochzufahren. Und dann habt ihr ein relativ kleines Image, so ein OVA-Image, was möglichst wenig Ballast enthält. Und das könnt ihr woanders wieder importieren. Ja, das war es denn für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder geholfen. Macht es nach. Lasst es bleiben. Macht auf jeden Fall vorher ein Backup. Sichert euch ab, bevor ihr solche Formeleien am System direkt macht. Es kann immer irgendwas schief gehen. Und von daher, so ein Backup ist einfach eine Versicherung dafür. Im Falle eines Falles könnt ihr es zurücksetzen und dann habt ihr es wieder so, wie es vorher war. Bei einer virtuellen Maschine könnt ihr zum Beispiel auch noch einen Snapshot machen und dann wieder zurücksetzen zu diesem Zeitpunkt. Ansonsten natürlich abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Tschüss.